Hab ich nicht erwartet. Hab ich nicht erwartet. Das finde ich genial. Ganz am Anfang. Das ist Premium. Premium Knowledge. Dann gibt's nur bei Pille Brille jetzt. Dann gibt's jetzt nur bei Pille Brille hier. Danke. Oh, Master King und Dr. Dexa. Absurd. So, erster Watchdown. Ja. Jetzt schauen wir mal, hast du mehr uncompleted Ajoris Maps oder nicht? Wir haben uncompleted, haben wir keine Ajoris. Okay. Nur die completed. Wir machen jetzt aus Zeitkunden das bisschen etwas anders. Normalerweise würde ich jetzt alle Ways laufen, um halt... Eine andere Ajoris zu bekommen? Das Gebiet noch mehr auszubauen. Wir machen jetzt aber ein bisschen anders. Wir machen den Shortcut und wir machen jetzt den Watchdown, den du bekommen hast, direkt in Ajoris rein. Mhm. Was passiert, ist, dass... Dort keine Low-Tier-Maps mehr droppen können. Also das ist der erste Block. Okay. Und jetzt laufen wir Hamlet mit Investitionen. Und jetzt laufen wir Atoll mit Invest... Mehr haben wir nicht. Ja, so viel es geht. Map-Device? Ich würde da bis nehmen. Ja. Das ist sehr wichtig, dass wir jetzt eine Map-Device bekommen. Sonst, wenn wir stecken bleiben, und das ist halt... Zeitverlust. Ja. Wenn man stecken bleibt. Deshalb investiert man. Damit man verhindert, dass man stecken bleibt. Ja, nice. Gleich in die nächste Influenced-Map rein. Aber jetzt wollen wir noch einen Hamlet-Job, nehme ich an. Unbedingt. Du hast eine Alleyways-Map, und die ist in Ajoris. Und in Ajoris hast du einen Watchtown drin. Mhm. Das bedeutet, dass die Version von der Tier 5 Alleyways existiert nicht. Und weil sie nicht existiert, können keine Ajoris-Maps droppen. Also die einzige Map, die droppen können, ist dann das Atoll. So, jetzt würde ich jetzt Alleyways mit viel Investment laufen. Ja, 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 viel Juice. Und das ist der Shift. Einzige Tier 5, die man shoppen kann, ist halt auch Hamlet. Dann versuchen wir, mehr Completions zu machen. Mit Tier 2 Maps. Ja, toll. Ja, hat doch geklappt. Ja, hat direkt geklappt. Aber wenn das nicht geklappt hat, dann kann man nichts machen. Außer ein bisschen mehr Completions und Tier 2 Maps. Und dann halt warten, bis man halt eine Master-Mission also bekommt. Oder halt, bis man getroppt hat. Und wenn immer du eine Map läufst, die nicht existiert, um eine existierte Map zu droppen, das heißt Shifting. Hm, okay. Du bekommst, weil du bekommst keine Atollis, die 5 Maps, die bekommst du gar nicht mehr. Ja. Auf diesem Gebiet. Das bedeutet, dass von diesen Atollis, du hast jetzt dein Map-Pool auf Hamlet verschoben. Ja, das ist die Idee von Shifting. Ja, das macht Sinn. Ich habe das jetzt mit dem Shifting erklärt, weil das wird auch später wichtig für Maps auf Lira zu bekommen. Und auf Newer's Tier. Ja. Weil wir jetzt den Tier 3 Map-Pool aufbauen, auf Val d'Orest. Und diesen werden wir dann jetzt shiften, um auf Lira zu kommen. Wir laufen eine nicht existente Map. Ja. Um eine existente Map zu droppen, basically. Ja, das macht es absolut smart. Und jetzt mit Investment würde ich diese Hamlet-Map laufen. Mhm, die wir gerade gedroppt bekommen haben. Genau, genau. Immer wenn es Influenced-Monster gibt, möchte man investieren. Das ist die Grundregel. Ja. Also die Faustregel, würde ich mal sagen. Jetzt laufen wir die T5, die wir hier gedroppt haben, in dem Gebiet, was wir aber geblockt haben. Und das ist gemeint. Damit ihr es auch nochmal kurz sehen könnt. Jetzt sind die Eleways gelaufen, die wir aber vorher abgegradet haben. Von 5 auf 8. Und jetzt droppt die safe, weil das die einzige T5 ist im Atlas. Irgendwie ist das ganz komischer Run, weil du bekommst nur an Nikos. Ja. Und nicht die Maps, die du haben wolltest. Das Game weiß, dass ich Niko gerne mache. Also es läuft heute alles schief, was laufen kann. Also es wird, normalerweise wird es auch viel besser. Dass jetzt Sana bekommen. Mhm. Zum Glück. Oh ja. Machen wir... Metamorph, ja. Ja, Metamorph. Also Metamorph mechanisch ist nichts anderes als ein additional Boss, der halt plus 2 droppen kann. Also und halt größte Chance für Map-Drops hat. Also der Boss hat ja größte Chancen auf Map-Jobs. Ja. Manchmal gibt es ja sogar Maps als Items. Ja, genau. Genau. Ich würde ganz einfach machen. So, jetzt... Haben wir eine Hamlet oder nicht? Mhm. Wir haben keine Hamlet mehr. Ähm... Gar keine T4-Map auch? Ich glaube... Doch, hier war eine Glenark T4. Die könnte auf T5 abdoppen. Und wir haben eine Cage. Ein Incomplete. Glenark. Okay, ich würde die Cage laufen. Ja. Weil die Cage existiert nicht auf dem Atlas. Mhm. Und die mit Juice? Ja, genau. Also die... Anu Glenark hat nur eine T4-Map. Also Glenark, äh... Die Cage-Map, die existiert nicht. Also wir machen das gleiche wie... Ähm... Wie wir mit Ajoys gemacht haben. Wenn der Watch Zone da wäre, würde die Cage existieren. Und so kann sie gar nicht existieren. Weil ein Cage... Weil Cage eine natürliche Map ist. Unglaublich. Wie du es einfach so... Weißt. Ne? Mega. Mega. So, ähm... Ja, wir haben keine Fragmung. Also, man braucht schon Erfahrung und Map-Awareness für den Atlas. Ja. Also wo was, wie was ist. Also, das ist wirklich der most unlucky one, ich hab jemals gesehen. Weil du investierst so viel, so viel... Alles sind drin und du bekommst die Maps nicht. Alles, alles. Das ist eigentlich unglaublich. Oha. Boys. Siege-Map. Äh, Ajoys. Ja. Wir laufen die aber noch nicht. Wir laufen die aber noch nicht. Die Frage, oder sollen wir Ajoys laufen, um da mehr zu verfolgen? Ich würde, ich würde, ich würde, ich würde, ich würde Ajoys laufen, weil Ajoys ist jetzt geblockt. Mhm. Und das Ziel ist jetzt das Min-Maxing des Map-Puls auf Hamlet. Ja, ja, ja. Wenn wir jetzt in New Bastia laufen, dann haben wir jetzt, das haben wir eine Map freigeschaltet bei New Bastia. Moin Talo und Moin Moshi. Moin Talo und Moin Moshi. Möchten wir noch nicht. Ah, hast du, du hast auch jetzt Sana bekommen. Ja, bin ich gerade drin. Ja, genau. Also das bedeutet, dass sie auch resetet hat. Ja. Da kann man ja den Shops ansehen. Excavation ist eigentlich eine gute Map mit dem Double Boss und gute Mob-Density eigentlich. Also, man nutzen kann. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass der Daily Resort ist. Nice. Das ist Hamlet. Das ist perfekt. Ja, dann laufen wir ja die gleich. Ja. In West, ne? Auch in Castle Ruins, weil wir wollen ja noch einer Hamlet. Ja, weil jetzt, jetzt hast du Influenced-Mobs. Monsters. Und genau. Das gleiche Prinzip. Wenn immer du Influenced-Monsters hast, dann möchte man investieren. Sana schauen, weil du hast gerade Sana Reset. Auch Hamlet. Vierer. Die kaufen, dann haben wir die nächste Save. Hamlet. Ja, genau. Lira sogar. Lira kaufen. Okay. Und die Ejoris auch noch? Auch, auch. Also, jetzt kaufst du alle Corner-Maps. Mhm, okay. Wir sind aber pleite jetzt erstmal. Dann warten wir erstmal. Wir warten erstmal, bis wir vier Chance-Lobs gedroppt haben. Dann werden wir die Andepp-Map. Also, wir machen jetzt ohne Conversion. Welche würdest du zuerst machen jetzt? Die Vierer Hamlet oder Fünfer? Oder ist egal. Die Fünfer, weil du hast schon Yellow Maps auf den Atlas. Ja. Stimmt, stimmt. Da kann er plus one, plus two droppen. Ja, genau. Also, sechs oder sieben. Guck mal auf die nächste Niko-Mission. Fünf. Also, wir haben jetzt eine Map von Sana auf Lira bekommen. Aber das war zufällig. Ja. Und zwar, die Chance, diese Map zu bekommen, ist sehr gering. So ungefähr über zehn Prozent. Ja. Okay. Das wir genau auf dieser Ecke diese Map bekommen. Wo man möchte, ist halt ungefähr bei zehn Prozent. Ja. Zehn bis zehn Prozent. Okay. Okay. Wenn man sich so ausrechnet. Deshalb ist das halt nicht so gut. Und wir haben jetzt aber diese Map bekommen. Ich werde dir trotzdem zeigen, als ob wir diese Map noch nicht bekommen haben, was du sonst machen kannst. Also, normalerweise, ich würde mir ein bisschen etwas Zeit lassen und die Ecken ein bisschen mehr ausbauen. Und zwar Zeit, weil man in dieser Zeit, wo man die Ecken ausbaut, bekommt man auch die Val d'Orest T3 Maps, die wir gleich benutzen müssen für den Shift auf Lira. Okay, deshalb haben wir nirgendwo anders, außer jetzt Val d'Orest, haben wir jetzt eine Tier 3. Also, in Glennair haben wir auch, aber das war wegen Unlucky. Normalerweise würdest du in Glennair keine Tier 3 haben. Ah, okay. Normalerweise die einzige Tier 3, die du haben möchtest, ist halt in Val d'Orest und die Pen-Map, die du gelaufen bist, in Ajoris, die hast du jetzt mit Wollstone geblockt. Ja. Ja, also die einzige Tier 3, die jetzt droppen wird, normalerweise sollte es immer nur auf Val d'Orest sein, im Ideal-Fall. Damit du diese dann mit Shifting-Methods auf Lira-Arten verschieben kannst, die Map-Pool. Nach den Conquer, weil wir werden gleich das Gebiet blockieren, also nicht blockieren, sondern wir werden Val d'Orest blockieren und dann den Shift versuchen. Also, zuerst würde ich versuchen, erstmal ein bisschen mehr freizuschalten auf Hamlet. Schauen, welche Maps du hast. Ich glaube, du hast ein paar Maps, un-completed Maps in Hamlet. Colosseum, ja. Ja, genau. Ich würde dich einfach, also jetzt hast du keine Influenzen, also jetzt würde ich dich einfach freizuschalten. Okay. Okay. Einfach laufen jetzt. Ohne Conquer. Ja, einfach, weil du hast ja keine Influenzen, also keine Influenzen-Monsters. Ja, lohnt das Investment nicht so, im Vergleich. Und wenn man halt die Maps jetzt completet und auch, du kannst auch alle, jetzt kannst du ein bisschen Map-Bonus machen auch, weil das ist auch ein bisschen wichtig. Und zwar, du kannst alle Tier-2-Maps completen, die du hast, alle Corner-Maps, außer Jory's, weil wir, äh, außer Leer-Arten, weil wir jetzt den Shift versuchen. Jetzt haben wir ganz viele Tier-3. Und keine Tier-3 laufen erstmal. Also du kannst, du kannst alle Tier-2 erstmal. Und Tier-4 auch? Wobei, das ist Corner-Map, äh, ist Glenark. Glenark? Terrace wäre das. Haben wir auch noch irgendwo. Also, also es wird, du kannst auch die, das geht auch, das geht noch auch. Ich würde die Glenark-Map auch für Bonus completen. Und zwar, wie es funktioniert, was wir jetzt machen, ist halt die Stage-1, die erste Etappe der Atlas-Progression. Und in der ersten Etappe bei der Atlas-Progression geht es halt darum, ähm, um halt die vier Watchstones erstmal zu bekommen. Und als zweitens geht es halt darum, so viel Map-Completion-Bonus zu bekommen, wie möglich. Ja. Es ist wichtig, viele Maps jetzt zu kopieren, weil so gut wie du es, die erste Stage-Etappe geschafft hast, wird sich auf die zweite Etappe auswirken. Mhm. Verstehst du? Also je mehr Bonus du jetzt bekommst, desto besser. Desto mehr Map-Return habe ich dann auch später wahrscheinlich. Nicht Map-Return, sondern du bekommst mehr nützliche Maps. Mhm. Also, so wie der Map-Bonus funktioniert, Completion-Bonus funktioniert, ist halt vergleichbar mit den XP-Penalty, wenn man levelt. Kennst du die XP-Penalty, wenn man levelt? Ja. Wenn man halt zu lower level oder zu high level ist in einer Zone, dann bekommt man weniger Experience. Du bekommst du nicht mehr 100%, genau. Genau. Und was die Completion-Bonus funktioniert, das ist halt für den Balance gedacht. Und halt, wenn du wenig Completion hast, dann wird der Atlas sagen, okay, du hast wenig Completion und wird dich in Lower-Tier-Maps pushen. Mhm. Weißt du? Und wenn du eine sehr high Completion hast, wird der dich nach oben schießen. Und das ist Completion-abhängig, okay. Ich dachte, das wäre von der Anzahl der Watchstones abhängig, was ja damit irgendwo einhergeht. Aber ja, das macht natürlich auch Sinn, dass das mit der Completion kommt. Und Completion hat eine große Auswirkung nicht nur auf die Maps-Drops, sondern auf die Masters auch. Also die Masters werden auch davon beeinflusst. Okay. Haben alle die gleiche Wahrscheinlichkeit zu kommen? Oder gibt es welche, die seltener sind von den Masters? Also der Grund, zum Beispiel, der Grund, warum die Map-Drops nicht so gut sind am Anfang, zum Beispiel in einer Delve oder in einem Tempo, ist, weil der Completion-Bonus lowest ist. Ja. Wenn ein Completion-Bonus sehr hoch ist, ist sehr groß, werden die halt bessere Map-Drops hier geben. Also higher Tiers on average. Ja. Im Durchschnitt. Genau, wir sind jetzt in Hayward, damit wir jetzt nicht noch einen Influence spawnen können, sondern einfach nur Completion haben, Bonus-Completion. Bisschen, bisschen Bonus machen, ja. Genau, und bisschen sich Zeit lassen und mehr Maps auf, Tier 3 Maps auf hier, Val the Rest zu droppen. Weil wir werden halt die ganzen Mud-Geysers, eigentlich auch Messers, aber Messer hast du gerade nicht auf dem Atlas. Wir möchten halt diese ganzen Mud-Geysers dann laufen, um halt auf Lear Arten zu kommen mit Shift-Strategie. Ja, okay. Also eine oder zwei, wir müssen jetzt gucken, wie viele Mud-Geysers du hast. Ja, eine. Ja, eine. Also wir müssen ein bisschen mehr Zeit lassen. Hier ist noch eine. Zwei. Zwei hast du. Okay, okay, wollen wir den Shift versuchen? Können wir machen. Ist noch nicht im Hafen. Okay, also jetzt, wegen Stift, wir investieren. Wir möchten, also machen wir jetzt mal den Atlas auf. Können wir es ein bisschen mehr zeigen. Also, zeig mal Mud-Geyser. Du scrollst in Mud-Geyser. Mud-Geyser ist hier. Genau. Und zwar, wenn man sieht, Mud-Geyser ist adjacent mit Lear Arten. Auch mit, ähm, hier den Lex-Proxima-Maps. Ah ja, genau. Ja, genau. Call-Runes, Lex-Proxima. So, eigentlich, was wir jetzt versuchen können, ist Messer zu droppen. Einfach so Messer zu droppen. Also, weil du jetzt ein bisschen mehr zu developpen. Weil eigentlich, Mud-Geyser ist nicht so gut dafür, weil es gibt eine, zwei, also es gibt eine größere Wahrscheinlichkeit, jetzt Next-Proxima-Maps zu bekommen. Also, ja, ja, weil das gibt, es gibt zwei gegen eine adjacent-Map. Ja, weil hier haben wir eben, ne, was du meinst, so Messer, zwei Indior. Wenn diese Maps, wenn diese Maps completed sind, in Lex-Proxima, dann wird das auch schon gehen. Mhm. Aber, Mud-Geyser ist halt nicht die beste Map. Nichtsdestotrotz, wir können das jetzt, ähm, nach, nach dieser zweiten Mud-Geyser-Maps, wenn wir jetzt unlucky sind, wir können das jetzt versuchen. Also, erstmal, erstmal laufen wir Mud-Geyser mit dem Investment, damit wir jetzt Messer bekommen. Weil Mud-Geyser ist eigentlich nicht so, eigentlich, nicht so gut positioniert, da für den Shift. Also, wie du siehst, ist halt viel mit Atlas-Lasen zu tun, welche Situation du gerade auf dem Atlas hast. Wie ist das? Dieser Run wird etwas länger dauern, weil er ganz am Anfang so unlucky war. Das ist halt der direkte Result von, ähm, ja, Bad RNG. Ich muss mal sagen, geballte Power, das ist unsere PoE-Community. Ihr Geilen, bis morgen.